Aus der Traum vom Bürgergeld 2023. CDU, CSU blockieren Bürgergeld im Bundesrat. Schlimme Folgen sind zu befürchten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 14.11.2022 tickerte es durch Internet und Medien, die CDU, CSU hat im Bundesrat definitiv das Bürgergeld komplett blockiert. Das heißt also, der gesamte gesetzgeberische Vorgang geht jetzt in den Vermittlungsausschuss. Das Kernproblem bei der ganzen Maßnahme ist, dass das Bürgergeld nach dem entsprechenden beschlossenen Gesetz im Bundestag eigentlich auch mit den erhöhten Regelsätzen zum 1. Januar 2023 kommen sollte. Davon kann man heute nach den ersten Informationen nicht mehr davon ausgehen, dass das noch klappen könnte. Zwar ist der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in einer Pressekonferenz sehr, sehr optimistisch, dass es im Vermittlungsausschuss zu einer entsprechenden Einigung und Lösung kommen könnte, sodass Ende November der Bundestag und dann der Bundesrat in Eilsitzung hier nochmal entscheiden können, sodass das Bürgergeld tatsächlich zum 1. Januar 2023 kommen könnte. Aber aktuell sieht es ja wohl doch so aus, dass die Gräben zwischen den Parteien sehr, sehr groß sind. Ich befürchte, dass das Bürgergeld und vor allen Dingen die Regelsätze eben nicht rechtzeitig zum 1. Januar 2023 kommen werden. Aber die Hoffnung muss man nicht aufgeben. Deshalb können wir nur abwarten. Und wie sagt man so schön, wir können nur das Beste hoffen, dass das Bürgergeld wenigstens die Regelsätze dann zum 1. Januar 2023 kommen werden. Aber wie gesagt, alles ist offen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen eine rente. Ich wünsche Ihnen eine rente. Vielen Dank.